Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Delfine sind hochintelligente und soziale Meeressäugetiere, die für ihre spielerische Natur und beeindruckenden Akrobatikfähigkeiten im Wasser bekannt sind. Sie gehören zur Familie der Zahnwale und zeichnen sich durch ihren stromlinienförmigen Körper, die kegelförmige Schnauze und den charakteristischen Rückenflosse aus. Ihre Kommunikation erfolgt durch eine Vielzahl von Klicks, Pfeifgeräuschen und anderen Lauten, die sie zur Navigation, Jagd und Interaktion mit anderen Delfinen verwenden. Delfine erreichen eine Länge von etwa 150 bis 200 Zentimetern und wiegen zwischen 75 und 235 Kilogramm. Ihre Lebenserwartung liegt im Durchschnitt bei etwa 25 Jahren. Sie besitzen einen schlanken, aerodynamischen Körper, der für schnelles Schwimmen optimiert ist. Ihre Hautfarbe kann variieren, aber häufig finden sich Schattierungen von Grau, die oben dunkler und am Bauch heller sind. Diese Färbung dient der Tarnung im Wasser. Delfine ernähren sich hauptsächlich von Fischen, Kalmaren und verschiedenen Arten von Krustentieren. Ihre Jagdtechniken sind hochentwickelt und umfassen das Einkreisen von Schwärmen und das Nutzen von Echoortung zur Lokalisierung ihrer Beute. Delfine spielen eine wichtige Rolle in der Marinen-Nahrungskette, da sie als Raubtiere von vielen kleineren Meerestieren leben. Obwohl sie wenige natürliche Feinde haben, können große Haie und manchmal Orcas, Schwertwale, junge oder isolierte Individuen jagen. Delfine sind in fast allen Weltmeeren und vielen Meeren zu finden, von den eisigen Gewässern der Pole bis zu den warmen tropischen Gewässern. Sie bevorzugen jedoch in der Regel gemäßigte bis tropische Temperaturen und sind sowohl in küstennahen Gewässern als auch im offenen Meer anzutreffen. Einige Arten leben ausschließlich oder vorwiegend in Flussmündungen und Küstengebieten, während andere weite Strecken im offenen Ozean zurücklegen. Auf Wiedersehen wir zu nächsten Mal, wenn die Gewässern einig Ownemarschzeigen. Wir finden auch in 1982. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020